Roger George Moore, geboren am 14. Oktober 1927 in Stockwell, London, schien zunächst ein ganz gewöhnliches Leben zu führen. Er war das einzige Kind von George Alfred Moore, einem engagierten Polizisten von Bow Street, und Lillian, Lily Pope, deren Wurzeln bis nach Kalkutta, Indien, zurückverfolgt werden konnten. In seinen frühen Jahren erlebte Roger eine Mischung aus Einfachheit und gelegentlichen faszinierenden Geschichten aus dem Hintergrund seiner Mutter. Zunächst besuchte er die Battersea Grammar School, doch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zwang ihn, in das sichere Holesworthy in Devon zu ziehen. Roger setzte seine Schulbildung am Launceston College in Cornwall und später an der Dr. Chaloner's Grammar School in Buckinghamshire fort. Moores Einführung in die Welt der Animation begann mit einem Praktikum, das leider aufgrund eines erheblichen Fehlers bei der Arbeit mit Animationszellen vorzeitig beendet wurde. Doch das Schicksal hatte größere Pläne für ihn. Als sein Vater gebeten wurde, einen Einbruch im Haus des Filmregisseurs Brian Desmond Hurst zu untersuchen, ergab sich eine unerwartete Gelegenheit. Bei dem Treffen mit Hurst erhielt Roger eine Rolle als Komparse im Film »Cäsar und Kleopatra« von 1945. Während der Dreharbeiten zog seine Ausstrahlung die Aufmerksamkeit vieler, insbesondere der weiblichen Crewmitglieder, auf sich. Beeindruckt von seiner Performance beschloss Hurst, Moores Studium an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art zu unterstützen. Während seiner Zeit an der Radar blühte Moores Talent auf und er besuchte Kurse zusammen mit zukünftigen Berühmtheiten wie Lois Maxwell, die später Miss Moneypenny in seinen James-Bond-Filmen spielen sollte. Er arbeitete daran, einen eleganten Mid-Atlantic-Akzent und eine entspannte Haltung zu perfektionieren, die später seinen Markenzeichen wurden. Nach dem Krieg sah sich Moor jedoch neuen Herausforderungen gegenüber. Mit 18 Jahren wurde er zum Nationaldienst eingezogen und am 21. September 1946 zum Leutnant im Royal Army Service Corps ernannt. Während seiner Militärzeit erreichte Moor schließlich den Rang eines Hauptmanns und war für die Organisation von Unterhaltung für die Streitkräfte im Nachkriegsdeutschland verantwortlich. Moores ausgefeilte Talente und seine einzigartige Ausstrahlung positionierten ihn für eine erfolgreiche Karriere in der Unterhaltungsindustrie. Doch die Zukunft war ungewiss. Würde er in Filmen berühmt werden oder einen bleibenden Eindruck im Fernsehen hinterlassen? Während Moor sich darauf vorbereitete, seinen Platz in Hollywood zu finden, begann seine Suche, eine legendäre Figur im Kino zu werden. Der Aufstieg von Roger Moor zur Berühmtheit begann nach dem Krieg, als er kleinere Rollen in britischen Filmen übernahm, die die Grundlage für seine erfolgreiche Karriere bildeten. Er gab sein professionelles Debüt in Alexander Kordas' Perfect Strangers 1445 an der Seite von angesehenen Schauspielern wie Robert Donat, Deborah Kerr und Glennis Johns. In den folgenden Jahren trat er in nicht genannten Rollen in Filmen wie Cesar und Cleopatra 1445, Gaiety George 1446, Piccadilly Incident 1446 und Trotty True 1949 auf, in denen auch ein junger Christopher Lee eine ungenannte Rolle spielte, alle von Brian Desmond Hurst als Stage Door Johnnies ausgewählt. In seinen Memoiren Last Man Standing – Tales from Tinseltown erinnerte sich Moor an seine erste Fernsehdarstellung am 27. März 1949 in Patrick Hamilton's The Governance. Während dieser Live-Übertragung übernahm Moor die Nebenrolle des Bob Drew und teilte sich die Leinwand mit den Schauspielern Clive Morton und Betty Ann Davies. Moor trat auch in nicht genannten Rollen in Filmen wie Paper Orchid und The Interrupted Journey, beide 1949, auf. Darüber hinaus moderierte er die TV-Show Drawing Room Detective und trat in den Filmen One Wild Oat und Honeymoon Deferred, beide 1951, auf. In den frühen 50er Jahren war Moors berufliche Tätigkeit stark vom Modeln geprägt, vor allem in Printanzeigen im Vereinigten Königreich. Die Strickmode zeigten, was ihm den Spitznamen The Big Knit einbrachte. Außerdem nahm er an Werbeaktionen für verschiedene Konsumgüter teil, von Zahnpasta bis zu Bekleidung. Auf der Suche nach neuen Perspektiven zog Moor in die Vereinigten Staaten, wo er seine Fernsehkarriere begann. Zu seinen Credits aus dieser Zeit gehören Rollen in Fernsehadaptionen von Julius Caesar und Black Chiffon, sowie Auftritte in zwei Episoden von Robert Montgomery Presents und dem Fernsehfilm The Clay of Kings, alle im Jahr 1953. Im März 1954 erhielt Moor einen siebenjährigen Vertrag von MGM, was einen bedeutenden Meilenstein in seiner beruflichen Laufbahn darstellte. Sein Debüt unter diesem Vertrag war »I Saw Paris« 1554, in dem er eine romantische Rolle an der Seite von Elizabeth Taylor spielte. Anschließend trat er in »Interrupted Melody« auf, einem biografischen Film über die Genesungsreise der Opernsängerin Marjorie Lawrence von Polio, wo er nach Glen Ford und Eleanor Parker als drittrangiger Hauptdarsteller auftrat und Lawrence' Bruder Cyril verkörperte. Im selben Jahr übernahm er eine Nebenrolle im Film »The King's Thief«, einem Abenteuerfilm mit Anne Blith, Edmund Purdom, David Neven und George Sanders. In dem Film »Diane« von 1956 nahm Moor erneut die drittrangige Position ein, diesmal unter Lana Turner und Pedro Armendariz. Seine Rolle im Film war die des Prinzen Henri, des zukünftigen Königs, in einem französischen Historienfilm des 16. Jahrhunderts. Trotz dieser Chancen war Moors Zeit bei MGM kurz. Nach der enttäuschenden Rezeption und finanziellen Leistung von »Diane« wurde er von seinen vertraglichen Verpflichtungen entbunden. Rückblickend auf seine Zeit bei MGM bemerkte Moor humorvoll, »Bei MGM war RGM, Roger George Moore, NBG, no bloody good.« Ungeachtet der Rückschläge verfolgte Moor enthusiastisch freiberufliche Möglichkeiten und zeigte sein Talent in verschiedenen Fernsehsendungen wie »Fordstar Jubilee« 55, »LUX Videotheater« 55,7 und »Martinet Theater« 55,7. Jede Performance markierte einen bedeutenden Fortschritt hin zu der Anerkennung und dem Ruhm, der ihn schließlich zu internationalem Ruhm führen sollte. Moors natürliche Fähigkeiten und Charme erregten allmählich Aufmerksamkeit und legten die Grundlage für seinen späteren globalen Ruhm. Moors großes Durchbrechen Roger Moore erreichte einen bedeutenden Meilenstein in seiner Karriere, als er von 1958 bis 1959 die Hauptrolle in der Fernsehsendung »Ivanhoe« übernahm. Diese Rolle zeigte nicht nur seine Vielseitigkeit als Schauspieler, sondern auch sein Engagement für sein Handwerk, da er trotz Verletzungen seine Stunts selbst ausführte. Danach unterschrieb er einen Vertrag bei Warner Brothers, was zu seinen Auftritten in Serien wie »The Third Man« und Hauptrollen in »The Alaskans« und »Maverick« führte. Obwohl seine Erfahrung bei »The Alaskans« besonders herausfordernd war und Moore diese Rolle als die schwierigste im Fernsehen empfand, festigte seine Darstellung des »Bow Maverick« in »Maverick« seinen Ruf als talentierter und fesselnder Schauspieler. 1962 machte Moors Karriere einen bedeutenden Sprung, als er für die Rolle des Simon Templer in der Fernsehserie »The Saint« ausgewählt wurde. Diese Rolle katapultierte ihn nicht nur ins Rampenlicht, sondern etablierte auch seine einzigartige, raffinierte und humorvolle Art, die er später in seiner Darstellung von »James Bond« einbrachte. »The Saint« genoss eine erfolgreiche Laufzeit von sechs Staffeln, während der Moore auch einige Episoden selbst inszenierte, was ihm ermöglichte, seine Fähigkeiten in der Branche weiterzuentwickeln. Nach seiner Rolle in der Filmadaption von »The Saint« spielte Moore in Filmen wie »Crossplot« und »The Man Who Haunted Himself« und zeigte seine vielseitigen schauspielerischen Fähigkeiten. Anschließend trat er mit Tony Curtis in der Fernsehserie »The Persuaders« auf. Trotz seiner Position als bestbezahlter Fernsehschauspieler jener Zeit kursierten Gerüchte über Spannungen zwischen Moore und Curtis, was zu einer angespannten Atmosphäre am Set führte. 1973 übernahm Moore erstmals die Rolle des James Bond im Film »Leben und Sterben lassen«. Seine Darstellung des Bond als raffinierter und charmanter Gentleman unterschied sich von Sean Connerys Interpretation. Moores Auftritte in Bond-Filmen wie »Der Mann mit dem goldenen Colt«, »Der Spion, der mich liebte« und »Moonraker« wurden hochgelobt und festigten sein Erbe in der Filmindustrie. Trotz seiner Erfolge als Bond hatte seine Zeit als Agent Herausforderungen, darunter Konflikte mit anderen Schauspielern und unterschiedliche künstlerische Visionen. Nach seinem Rückzug aus der Bond-Reihe im Jahr 1985 setzte Moore seine Schauspielkarriere fort, übernahm Rollen in Filmen wie »Cannonball Run« und »Im Angesicht des Todes« sowie in Fernsehsendungen und Synchronprojekten. Rückblickend auf die faszinierende Karriere von Roger Moore, von seinen Anfängen bis zu seiner ikonischen Darstellung des James Bond, stellt man sich Fragen zu den verborgenen Aspekten seines Lebens. Trotz Moores hervorragender Karriere fragt man sich, wie seine Beziehungen zu seinen Co-Stars waren und ob seine raffinierte und freundliche Art über die Leinwand hinausging oder ob es versteckte Spannungen und Rivalitäten gab. Roger Moore, ein 86-jähriger Schauspieler, hat kürzlich seine Memoiren veröffentlicht, in denen er fesselnde Geschichten über seine Begegnungen mit den Spitzenmitgliedern Hollywoods erzählt. Seine Erfahrungen reichen von Begegnungen mit dem legendären Frank Sinatra bis hin zu privaten Gesprächen mit renommierten Persönlichkeiten wie Bette Davis. Moores Anekdoten bieten eine faszinierende Sammlung von Klatsch und Einblicken hinter die Kulissen. Moore erinnert sich gerne an das überwältigende Gefühl, Sinatra zum ersten Mal zu treffen, der ihn mit seiner ruhigen Haltung und natürlichen Ausstrahlung beeindruckte. Er schätzt auch seine Erinnerungen an Bette Davis, die als vertrauensvolle Freundin und Ratgeberin fungierte und wertvolle Ratschläge und scharfsinnigen Humor in ihren ehrlichen Gesprächen bot. Bleiben Sie dran, denn wir werden nun in die glanzvolle Welt von Roger Moores Hollywood-Beziehungen eintauchen und die Co-Stars vorstellen, die er so sehr bewunderte. Frank Sinatra Frank Sinatra, eine Persönlichkeit, die eng mit der Unterhaltungsindustrie verbunden ist, hatte eine vielschichtige und faszinierende Beziehung zu Roger Moore, die über einen längeren Zeitraum andauerte und durch denkwürdige Begegnungen geprägt war. Obwohl Sinatra für seine fesselnde und dynamische Natur bekannt war, wurde Moore für seine elegante und charmante Präsenz auf der Leinwand gefeiert. Die Dynamik zwischen ihnen war jedoch alles andere als unkompliziert. Moores erste Erinnerung an Sinatra reicht in die 50er Jahre zurück, als es zu einem bedeutenden Vorfall im Moulin Rouge in Hollywood kam. Jack Warner, der einflussreiche Leiter von Warner Brothers, bot 1000 Dollar an, um den Vertrag von Warner-Künstler Gordon McRae für eine Aufführung zu sichern. John Wayne, der ikonische Cowboy, überbot Warner jedoch, indem er 2000 Dollar bot, damit McRae nicht sang. Sinatra, bekannt für seine Loyalität, betrachtete dies als eine Beleidigung gegenüber McRae und stellte Wayne direkt zur Rede. Die Vorstellung, wie der kleine, aber entschlossene Sinatra die imposante Figur Wayne herausforderte, hinterließ einen tiefen Eindruck bei Moore. Zehn Jahre später, Mitte der 60er Jahre, begegnete Moore Sinatra erneut, diesmal in einer entspannenden Umgebung in einem Restaurant in London. Die damalige Frau von Frank Sinatra, die junge und charmante Mia Farrow, war ebenfalls anwesend. Moore war angenehm überrascht, als Farrow ihre Bewunderung für seine Fernsehsendung Simon Templar zum Ausdruck brachte. Sie erklärte begeistert, Wir genießen es sehr, Simon Templar zu sehen, wobei Sinatra seine Zustimmung signalisierte. Das Paar schaute die Sendung häufig gemeinsam in ihrem Hotelzimmer. Diese unerwartete Anerkennung offenbarte eine sanftere, zugänglichere Seite von Sinatra, die im krassen Gegensatz zu ihrem ersten Treffen stand. Dennoch bestand ihre Beziehung nicht nur aus positiven Erlebnissen. Moore fühlte sich veranlasst, das Thema der angeblichen Verbindungen Sinatras zur Mafia anzusprechen, ein Thema, das von Unsicherheit und Spekulationen umgeben war. Sinatras Antwort war offen und aufschlussreich. Er bestätigte, dass die Mafia Einfluss auf viele der Einrichtungen hatte, in denen er seine Auftritte absolvierte. Sinatra gab offen zu, Kit, ein erheblicher Teil der Orte, an denen ich auftrete, steht unter dem Einfluss der Mafia. Er verglich die häufigen Begrüßungen von Männern in Anzügen, die Fotos mit ihm machen wollten, mit den Gelegenheiten, bei denen er zuvor Fotos mit unbekannten Personen gemacht hatte. Sinatra schien sich nicht von Spekulationen über seine Verbindungen zur organisierten Kriminalität beirren zu lassen, und es schien, als ob er die Gerüchte nicht öffentlich widerlegen wollte, vermutlich, weil sie seinen Reiz verstärkten. Durch seine Wahl der Aufführungsorte und seine Verbindungen trugen Sinatras Beziehungen zur Mafia erheblich zur Entwicklung seines Mythos bei, ein Phänomen, das Moore persönlich erlebte. Nach der Erkundung der komplexen Beziehungen zwischen Roger Moore und Frank Sinatra bereiten sie sich auf eine faszinierende Geschichte vor, die sie überraschen wird, denn die nächste Person, die besprochen wird, wird sicherlich beeindrucken. Lana Turner Roger Moores beruflicher Weg war geprägt von Begegnungen mit einigen der legendärsten Persönlichkeiten Hollywoods, wobei seine Verbindung zu Lana Turner besonders hervorzuheben ist. Ihr erstes Treffen fand während der Dreharbeiten zum historischen Film Diane im Jahr 1956 statt, bei dem Turner, eine etablierte Schauspielerin, Moore einen denkwürdigen Rat erteilte. Berühmt für ihre fesselnde Ausstrahlung auf der Leinwand brachte Turner Roger Moore persönlich die richtige Technik des Küssens bei. Trotz Moores Selbstbewusstsein, der zweimal verheiratet war, ohne Beschwerden von seinen Frauen zu erhalten, führte Turner ihn in die Kunst der intimen Zuneigung ein, ohne Druck auszuüben. Darüber hinaus erstreckte sich Turners durchsetzungsfähige Haltung über romantische Begegnungen hinaus, da sie eine starke und eigenständige Einstellung demonstrierte und jede Form von Respektlosigkeit ablehnte, unabhängig von ihrer Herkunft. Ein anschauliches Beispiel hierfür war ein Vorfall, bei dem Edward Courland, der Produzent von Diane, in eine explosive Situation verwickelt war. Was zunächst wie eine kleine Meinungsverschiedenheit aussah, eskalierte dramatisch, als Turner Courland vor der gesamten Besetzung und Crew eine feindliche Bemerkung machte. Der plötzliche Ausbruch war so überraschend, dass Courland wütend die Bühne verließ und sichtbar aufgebracht in Moors Wohnwagen Zuflucht suchte. Als Moore nach Turners harschem Verhalten fragte, gab sie ihm eine ehrliche Erklärung, die die weniger vorteilhaften Aspekte von Hollywoods geliebter Schönheit aus der goldenen Ära offenbarte. Turner wies auf ihre negativen Erfahrungen beim Einstieg in die Unterhaltungsindustrie hin und deutete an, dass sie nach der Misshandlung durch Produzenten nun nach Rache suchte. Die Bemerkung von Turner war eine kritische Beobachtung der ungleichen Machtverhältnisse und der Ausbeutung, die viele aufstrebende Schauspielerinnen in Hollywood erlebten. Wenn Moors Begegnung mit Turner sie fasziniert, bleiben sie dran, um mehr spannende Begegnungen zu erfahren und zu sehen, wie nah er einigen anderen Stars stand. Tony Curtis, Roger Moore und Tony Curtis, die gemeinsam in Die Zwei auftraten, hatten eine einzigartige Zusammenarbeit, die von Amusement und Überraschung geprägt war. Curtis' Sparsamkeit, die oft zu unterhaltsamen Anekdoten führte, zeigte sich bei einem Weihnachts-Dinner, als er ein einfaches Brathähnchen statt eines üppigen Mahls servierte. Dies offenbarte eine andere Seite von Curtis' Charakter. Neben seiner Sparsamkeit teilte Curtis auch humorvolle Geschichten und Ratschläge von Kollegen wie Burt Lancaster. Moore erinnerte sich gerne an Curtis' Anekdoten, besonders in Momenten am Set, wenn sie leichte Scherze austauschten. Trotz ihrer Unterschiede schätzte Moore die Zeit, die er mit Curtis verbrachte und die Interaktionen, die sie hatten. Curtis' Witz, Charme und Eigenarten trugen zur unvergesslichen Partnerschaft bei. Während wir tiefer in Moores Kooperationen eintauchen, können wir weitere Überraschungen und interessante Entdeckungen erwarten. Die Frage bleibt, wer wird noch Teil dieser Reise sein? Albert R. Broccoli und Henry Saltzman. Albert Cubby Broccoli Broccoli war ein visionärer Produzent, der 1961 einen gewagten Schritt machte, indem er 50.000 Dollar für die Rechte an Ian Flemings Romanen für sechs Monate bezahlte. Gemeinsam mit seinem Co-Produzenten Harry Saltzman musste er aufgrund rechtlicher Hindernisse auf die Dreharbeiten von Thunderball verzichten und stattdessen James Bond jagt Dr. No No drehen. Dies führte zur Entstehung des ersten James-Bond-Films. Cubby Broccoli war voll und ganz dem James-Bond-Franchise verpflichtet, im Gegensatz zu Saltzman, der auch an anderen Filmen arbeitete. Broccoli bedauerte nicht, sich auf Bond konzentriert zu haben und sagte, er habe etwas Großartiges erfasst. Seine Hingabe zahlte sich aus und hinterließ mit jedem neuen Bond-Film ein bleibendes Erbe. Harry Saltzman war im Vergleich zu Cubby laut und extravagant. Er produzierte verschiedene Filme außerhalb des Bond-Franchise, was manchmal zu Spannungen mit Cubby führte. Ihre Partnerschaft war erfolgreich, aber angespannt. Als Roger Moore mit Leben und Sterben lassen in die Bond-Reihe eintrat, begannen sich die Risse in ihrer Beziehung zu zeigen. Um Einladungen aufrecht zu erhalten, entwickelten sie ein System, bei dem sie jeweils verschiedene Bond-Produktionen unabhängig verwalteten. Roger Moore beobachtete die zunehmenden Spannungen zwischen Broccoli und Saltzman, die auf unterschiedliche Visionen und Persönlichkeiten zurückzuführen waren. Sie stritten häufig, einschließlich eines denkwürdigen Konflikts über Investitionen in Gold aus den Goldfinger gewinnen. Dies hebt die unterschiedlichen Ansätze hervor. Moore respektierte sowohl Cubby als auch Saltzman für ihre Hingabe an Bond und ihre Leidenschaft für das Filmemachen. Er erkannte ihren unglaublichen Erfolg bei der Schaffung eines fesselnden Franchises an. Moore lobte Daniel Craig als großartigen Bond und scherzte, dass Craig vielleicht hart aussah, während sein Bond möglicherweise Bösewichte umarmt oder langweilte. Diese Mischung aus Lob und Humor spiegelte Moores Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit zwei Kinolegenden wieder, die Kinolegenden Stars, die Moore. Nicht mochte Moores Beziehungen zu seinen Co-Stars waren überwiegend positiv, doch nicht alle Interaktionen in der Hollywood-Szene waren erfreulich. Er reflektiert offen über jene Co-Stars, die ihm missfallen haben und bietet eine authentische Darstellung der Konflikte und Turbulenzen, die während seiner glanzvollen Karriere alltäglich waren. Moores Memoiren gehen über bloße Berichte von Begegnungen mit renommierten Persönlichkeiten hinaus und beleuchten die persönlichen Kämpfe, den anhaltenden Streben nach Exzellenz und die unerschütterliche Entschlossenheit hinter der glamourösen Fassade. Bleiben Sie dran, während wir tiefer in die faszinierende Welt von Roger Moores Hollywood-Verbindungen eintauchen und die Co-Stars enthüllen, die er nicht mochte. Peter Sellers Roger Moores Erinnerungen an Peter Sellers zeigen einen vielschichtigen Menschen. Sellers, bekannt für sein schauspielerisches Talent auf der Leinwand und seine Komplexität abseits davon, verbarg oft sein wahres Selbst hinter Schichten von Witz und Oberflächlichkeit. Moores, der eng mit Sellers zusammenarbeitete, fand ihn gleichzeitig fesselnd und frustrierend aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens. Im Sommer 1970 begegneten sich Moores und Sellers zufällig, während Sellers seine Hochzeitsreise mit seiner dritten Frau, Miranda Quarry, in Cap Ferrat, Frankreich, verbrachte. Moore, der sich in der Gegend für die zwei aufhielt, war in einen Vorfall verwickelt, der Sellers ungewöhnliches Verhalten veranschaulichte. Der Vorfall beinhaltete eine gefälschte Razzia, die Moore und Sellers geplant hatten, um Leslie Bricus, einen guten Freund Moores, und Johnny Gold, den angesehenen Gründer eines Londoner Nachtclubs, zu überfallen. Ihr Plan entfaltete sich auf dem Wasser, als sie Bricusse und Golds Boot überfielen, wobei Zollbeamte vorgaben, illegale Substanzen zu entdecken, die von Moore und Sellers platziert wurden. Inmitten des Spaßes übergab Gold Sellers humorvoll einen großen Umschlag, in dem sich angeblich für ihn bestimmte Substanzen befanden. Ein Scherz, der Moore beinahe ernsthafte Schwierigkeiten mit den Behörden einbrachte. In dieser Nacht zeigte Sellers ein beispielloses Maß an Unberechenbarkeit, in dem er den Inhalt des Umschlags einnahm. Laut Moore war Sellers der Wahnvorstellung erlegen, dass sein Bett ein fliegender Teppich sei, und er ermutigte andere begeistert, ihn auf einer imaginären Reise um den Hafen zu begleiten. Dieses Ereignis verdeutlichte nicht nur Sellers Neigung zu unberechenbarem Verhalten, sondern auch die Schwierigkeiten, die Moore hatte, eine aufrichtige Beziehung zu ihm aufzubauen. Selbst inmitten der Freundschaft und fröhlicher Momente machte Sellers Neigung, sich in falsche Überzeugungen und unberechenbares Verhalten zu vertiefen, ihn zu einem komplexen und herausfordernden Individuum, das schwer vollständig zu begreifen war. Wenn Sie Moores Erzählungen weiter verfolgen, werden die Anekdoten zu diesen Beziehungen zusätzliche Einblicke in die faszinierenden Feinheiten der Unterhaltungsbranche bieten. Rex Harrison Roger Moore gibt einen detaillierten Bericht über Rex Harrison und beschreibt ihn als eine facettenreiche Persönlichkeit mit bemerkenswertem Talent, sowohl im Theater als auch im Film. Harrison, der vor allem durch seine Rolle als Professor Henry Higgins in My Fair Lady bekannt wurde, hatte den Ruf, sich durch unberechenbares Verhalten und scharfe Bemerkungen auszuzeichnen, die oft dazu führten, dass sich die Menschen in seiner Umgebung unwohl oder verletzt fühlten. Moore, der mit Harrison zusammenarbeitete und seinen widersprüchlichen Charakter direkt erlebte, schilderte Situationen von Harrisons unberechenbarem Temperament und hob sein bestimmtes und gelegentlich hartes Verhalten in schwierigen Situationen hervor. Dennoch offenbarte Harrisons Verhalten auch überraschende Momente von Empathie und Zuneigung, besonders in seiner Beziehung zu seiner dritten Frau, Kay Kendall. Die Krankheit von Kendall führte zu einer Veränderung in Harrisons Verhalten. Trotz seines Rufs als harter Mensch zeigte Harrison ein neu entdecktes Engagement für die Pflege Kendall, sorgte dafür, dass sie während ihrer schwierigen Zeit gut betreut und unterstützt wurde. Diese Loyalität offenbarte eine mitfühlende Seite von Harrison, die stark von seinem gewöhnlichen öffentlichen Image abwich. Harrisons Vielschichtigkeit erstreckte sich auch auf seine beruflichen Interaktionen. Das angespannte Verhältnis zwischen Harrison und seiner Co-Darstellerin Julie Andrews während der Broadway-Aufführung von My Fair Lady verdeutlichte seine Sturheit und langjährigen Groll. Indem Harrison Andrews auf der Bühne ignorierte und das berühmte Lied »I've grown accustomed to her face« seiner Frau widmete, zeigte er die Intensität seiner Feindseligkeit trotz seiner beruflichen Erfolge. Dennoch deutete Harrisons unerwartete Anerkennung von Andrews und Audrey Hepburn, die Eliza Doolittle im Film spielte, während seiner Dankesrede bei den Oscars 1964 auf eine überraschende Versöhnung hin. Dieses Ereignis verdeutlichte die komplexe Natur von Harrisons Charakter und zeigte Momente von Wärme und Großzügigkeit neben anhaltenden Spannungen und Konkurrenz in seinen beruflichen Beziehungen. Im Verlauf von Moores Erzählung werden tiefgreifende Erkenntnisse über die komplexen Aspekte menschlichen Verhaltens und die vielfältigen Erfahrungen von Prominenten in Hollywood enthüllt. Während Moore weiterhin die Bereiche der Unterhaltungsindustrie erkundet, werden weitere Einblicke und unerwartete Entdeckungen erwartet, die einen Blick auf die verborgenen Geschichten berühmter Persönlichkeiten bieten. Grace Jones Grace Jones trat als Mayday mit starker und autoritärer Präsenz auf, doch ihr Verhalten außerhalb der Dreharbeiten stellte oft Roger Moores Geduld auf die Probe. Moore, bekannt für seine höfliche Art, zog es vor, nichts über Jones zu sagen und spielte indirekt auf bestehende Spannungen an. Er deutete seine Haltung subtil an, indem er sagte, wenn man nichts Positives über jemanden sagen kann, ist es besser, gar nichts zu sagen. Moore fand es frustrierend, dass seine weiblichen Co-Stars wie Jones während der Pausen so viel Zeit mit der Pflege ihres Aussehens verbrachten. Ihr Fokus auf das äußere Erscheinungsbild ging oft vor ihrem Engagement für eine starke Leistung. Jones hatte häufig ihren Freund, Dolph Lundgren, am Set dabei, den Moore vor Lundgrens Ruhm in Rocky IV als freundliche Person beschrieb. Jones testete Moores Geduld weiter, indem sie laute Heavy-Metal-Musik in ihrer Umkleidekabine abspielte, was Moores Ruhe störte. Als Jones Moores Bitten ignorierte, die Lautstärke zu reduzieren, ging Moore in den Raum, trennte das Musikgerät und zeigte seinen Ärger, indem er einen Stuhl gegen die Wand warf, was eine sichtbare Delle hinterließ. Ihre professionelle Zusammenarbeit erreichte ihren Höhepunkt während einer berühmten romantischen Szene, als Jones Moore im Bett unerwartet mit einem großen schwarzen Sexspielzeug überraschte und Moores Fähigkeit herausforderte, gefasst und diplomatisch zu bleiben. Grace Jones forderte Roger Moore intensiv heraus, aber die nächste Person, die er in seiner kommenden Arbeit besprechen wird, wird sie mit Sicherheit erstaunen. Hervé Villachais Die Rolle von Hervé Villachais als Nick-Knack im Bond-Film von 1774 veränderte sein Leben. Davor lebte er in seinem Auto und arbeitete als Rattenfänger in Los Angeles. Die Rolle als Scaramangas treuer Diener verhalf ihm zu einer Karriere und machte ihn glücklich. Christopher Lee, der den Hauptbösewicht spielte, sagte, dass das Drehen von »Der Mann mit dem goldenen Colt« die glücklichste Zeit in Villachaises Leben war. Allerdings offenbarte Villachaises Ruhm einige besorgniserregende Verhaltensweisen. Moore berichtete von einem Vorfall, bei dem Villachais ihn unangemessen berührte, woraufhin Moore ihn aufforderte, aufzuhören. Moore stellte klar, dass sein Kommentar sich auf Villachaises Verhalten und nicht auf seine Größe bezog. Villachais war bekannt für unkontrollierbare sexuelle Begierden und prallte damit, Prostituierte zu haben. Trotz seiner Behauptung, viele sexuelle Partner gehabt zu haben, gab Villachaises zu, manchmal abgelehnt worden zu sein, selbst wenn er für Dienstleistungen bezahlte. Während der Dreharbeiten in Hongkong ging Wille Kaiser oft in »Girly Clubs« und wählte Frauen mit einer Taschenlampe aus, was Moore überraschte. Wille Kaises ständiges Berühren und Prahlen machte den Set unangenehm und stellte Moore's Geduld auf die Probe. Moore versuchte ruhig zu bleiben, aber Villachaises Verhalten wurde unerträglich. Die Spannung zwischen ihnen wuchs, was Moore dazu veranlasste, Villachaises offen als »Sex-Maniac« zu bezeichnen. Wille Kaises Karriere erreichte ihren Höhepunkt, als er Tattoo in der TV-Show »Fantasy Island« spielte, aber er wurde 1984 aufgrund von Gehaltsstreitigkeiten und unangemessenem Verhalten gegenüber weiblichen Kollegen entlassen. Tragischerweise nahm er sich 1993 das Leben. Sean Connery Sean Connery, weithin als erster Schauspieler bekannt, der die ikonische Figur des James Bond verkörperte, hatte ein komplexes Verhältnis zu seinem Nachfolger, Roger Moore. Trotz beider Schauspieler, die die Rolle von 07 übernahm, führte Connerys wettbewerbsorientierte Natur und gelegentlich abfällige Haltung gegenüber Moore zu einer angespannten Beziehung zwischen ihnen. Connerys Unwillen, Moores Erfolge als James Bond anzuerkennen, trug zur Verschärfung der Spannungen bei. Während es Momente der Kameradschaft zwischen den beiden Schauspielern gab, überschattete das zugrunde liegende Konkurrenzgefühl oft ihre Interaktionen und prägte ihre Beziehung. Bette Davis und Joan Crawford In den mittleren 1960er Jahren hatte Roger Moore ein Treffen mit der berühmten Schauspielerin Bette Davis im Restaurant der ABPC Studios während einer Mittagspause, etwa 1964 oder 1965. Davis trat selbstbewusst an Moores Tisch hinheran, stellte sich vor und lobte seine Leistung in The Saint, was Moore schmeichelte und eine unerwartete Freundschaft einleitete. Moore bemerkte humorvoll, dass Davis' Lob ihn dazu brachte, sich etwas übertrieben wichtig vorzukommen und scherzte, dass es dazu führte, dass seine Haare scheinbar zurückgingen. Ihre Beziehung wurde enger, als Moore Davis einlud, ihn und Robert Wagner zu den Hunderennen im White City Stadium in West London zu begleiten, ein Event, das Davis begeistert annahm und ihre charmante Seite offenbarte. Dennoch beobachtete Moore eine autoritäre und kontrollierende Seite von Davis während des Abendessens, wo sie häufig scharfe Anweisungen an ihre Assistentin gab, was Moore unangenehm berührte. Moore war sich der bekannten Feindseligkeit zwischen Davis und Joan Crawford bewusst, die von Davis' romantischen Gefühlen für Frenchotone herrührte, der letztendlich Crawford heiratete. Crawford, obwohl sie Tone geschieden hatte, zeigte weiterhin Besorgnis um ihn während seiner Krankheit, was Davis' Feindseligkeit noch verstärkte. Davis' Feindschaft gegenüber Crawford hielt sogar nach Crawfords Tod an, wobei Davis bis zu ihrem Ende Eifersucht und Feindseligkeit gegenüber Crawford andeutete. Davis reagierte berüchtigt abweisend, als die Medien sie nach ihrer anhaltenden Feindseligkeit gegenüber Crawford selbst nach deren Tod fragten und sagte, nur weil jemand tot ist, ändert sich der Charakter nicht. Moore hatte viele Begegnungen mit verschiedenen Stars, was nicht immer positiv war, aber seine Einstellung zu seiner Karriere änderte sich nie, was ihn von anderen Prominenten abhebt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken und abonnieren Sie und klicken Sie auch auf das nächste Video, das auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.